Und da sind wir wieder und ich guck mal, haben wir 15 Punkte Vorsprung? Ne, auch gar nicht. Das war ja komisch. Aber wegen dem doppelten Antrieb. Wegen dem hater Beste, alles klar. So, und jetzt geht es erstmal zum VfB-Struikers. Oder der VfB-Struikers kommt zu uns. Es geht um alles. Es geht um alles. Ja, ja, jetzt alles an den Scheißdreck. Okay, wir haben eigentlich so gut... BOOM! Wir haben eigentlich die Meisterschaft gewonnen jetzt. Scheiße! Schlechtig! Wenn man jetzt gewinnt! Boah! Starker Wolf! Scheiße! Koch. 6 Aiai... Boah. Dayi... 20 Vielen Dank. Meisterschaft, wir kommen. Boom! Yo! Yoh! 2-0, das war's. 2-0, das war's. 3-0, das war's.